Moin! Willkommen in Hamburg, am U-Bahnhof Saarlandstraße. Seit dem 27. Mai 2024 ist die Linie U3 zwischen Kellinghusenstraße und Barmbeek unterbrochen. Es herrscht Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die Station Saarlandstraße wird barrierefrei ausgebaut. Die Arbeiten sollen bis zum 7. Juli dauern. Dieses Video wurde am 26. Mai 2024 gefilmt, also am letzten Betriebstag vor dem Umbau. Zuerst seht ihr Aufnahmen von den Bahnsteigen, danach auch aus dem Innern des Zugangsgebäudes. Viel Spaß beim Ansehen! Glocke Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.